ok wo treffen uns jetzt vereinte farben habe ich doch oder nicht keine ahnung ok wo muss ich hinfahren na ich glaube keiner von denen ist am nächsten dran deswegen frage ich aber mit irgendwie schafft es immer noch nicht so direkt schnell zu sagen direkt schnell den namen zu sagen und die überlege ich immer zwischen franklin und treffer so ein hin und her weiß nicht warum da euch das wieder so ich hasse wenn ich im wagen so geil crash oder so dann irgendwie das reifen hängt das mag ich nicht leck mich doch okay geht ja noch eigentlich was fährt er noch schnell muss man radio ok jetzt besprechen wir noch den plan und dann geht es zur sache dann werden wir und sie warten schon auf uns na kollegen was geht up so we really finna do this shit we finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again yeah hey 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 listen up here's the plan hey trevor yeah i want you in this position up here yeah you're on look out give me a heads up when the armor car comes by okay yeah i'm gonna be right here in the garbage truck blocking the roadway franklin you're in the alley and tow truck hope is they pull right up in front of you when they do you come at them hard bam shit here's hoping yeah after the hit we blast open the doors grab up all the cash bonds whatever it is i take it the hands guy it's all a little hole for home as long as i am not on the ground when the shit goes down okay when the shit goes down we'll handle it you stay up here on your post eyes peel yeah we'll take the risk sound cool shit you the professional dog and at at least we're not wearing clown outfits there's a plus right the masks what let's see what hat die blöder gelacht hat das war zu gut diese lache mit dem mit dieser maske perfekt cyprus flats beschissener wagen aber cool dass es richtig um die ecke ist dann brauchen wir keine kilometer wieder zu fahren bei dieser lahm schüssel okay all right i'm in position what's the eta looking for them there they are incoming get ready to do your thing all right mike move it okay i'm going to block both lanes of traffic also die straße blockieren okay just stop the truck and keep it stationary okay hold up get ready frank da kommt er jetzt muss er leider anhalten und jetzt in die seite bäm voll in die seite und cool eins hat zerstört also die war die bomben so ja raus mit dir Was? Da war... Was? Da war nur ein Ding? Von welcher Seite kommen die? Von welcher... Okay, die kommt von der Seite. Okay, ich bleib hier unten. Ich glaube, das wird ein nassiger Mann sein, Mann. Wechseln wir zu ihm, weil er hat geile Bullet-Time. Okay, jetzt wechsle ich zu ihm. Uh, das ist ja mega fett. Wo sind die? Oh, da ist ein... Da hin... Bam! Ohohoho. Ah, schnell zu. Franklin wieder. Hey guys, I got a bazooka up here in case you need me to wait in. Oh, das sind ja richtig hart gepanzerte. Oh, das hat ein Backflipper. Ah, gemacht. Ah, okay, wieder zu ihm. Dieser mega hardcore gepanzerten solch, die heute der Bazooka. Okay, da unten ist er. Ich seh' nicht genau, wo... Ich seh' nicht genau, wo... Achso. Da hinten ist einer. Von wo? Ich seh' grad' nicht von... Da unten. Und dahin. Der, was ist... Oh, schnell in Deckung. Schnell in Deckung. Von wo? Und von dort. So, wieder zu ihm. Ah cool, er hat einen Sniper ausgezeichnet. Na, aufzulaufen. So. Wie Michael einfach rumsteht und nix tut. Toll. Wo? Was? Wo sind Sniper? Da oben wer... Okay, da... Wo sind noch welche? Da vorne. Komm da raus. Ah, scheiße, ich hasse das. Komm da raus. Scheiße. So, da. So, da ist einer. Wo sind die Nächsten? Da. Da ist einer. Und da. Von links, was? Ah, von da hinten? Ei. Sollen aufhören zu laufen, das ist schwer. Äh, dazwischen. Da. Und zack. Heli, oh. Warte, hab ich noch ne Raketenwerfer? Ja, Panzerfaust fett. Boom, baby. Ah, ne, ich muss wechseln zu ihm. Okay. Okay, schnell abfahren. Okay, zum Fluchtpunkt schnell. Oh, da haben wir ja einige Cops ausgelegt. Einige viele. Da haben die jetzt direkt Angst, uns zu verfolgen. Das war cool. Das wechseln macht echt Spaß. Dann die ganze Zeit kurz da ein paar töten, dann, da, dann Raketenwerfer mit Trevor. Aber, das macht echt Spaß. Echt coole Sache. Anstatt die ganze Zeit nur mit einem sich die Mühe machen, dann alle zu töten und dann vielleicht sterben, sonst was. Ich hoffe, wenn ne Zwickmühle kommt, schnell wechseln. Da kann die KI das regeln. Bam. So, die Pulse haben wir es auch schon los. Was hat er eigentlich da hinten aus dem, ähm, hier? Das ist der geholt, weil da war nur so ein komischer Brief oder sonst was, genau. Total seltsam. Ich dachte, da wäre Knete drin oder so. Achso, zerstörenden Müllwagen. Okay. Saubere Arbeit. Komm, die Distanz reicht doch, oder nicht? Ja, ich glaube, das reicht. Alles cool? Ja, Mann, sch***, der Trass-Truck ist Trass, du, du bist gut? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Okay, zu wem wechseln wir? Zu Michael, oder? Wow. Wo sind die denn jetzt? Oder zu wie auch immer ich jetzt? Ich würde jetzt vergessen, was wir jetzt bei dem machen. Hm, aber da war das nicht, weil doch das war eingeplant, aber ich habe keinen Plan. Ich habe ein Package für Devin Weston. Package für Mr. Weston? Komm her. Ja, und ich erzähle dir, dass ich nicht fliehen kann. Da geht's, da geht's. Boom, so lange, motherfucker. Devin Weston. Ich erinnere dich. Der Unterricht des Wochenende. Invest wütend. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. Five top-quality scores, big-ticket cars, major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 no. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil-neck. I'll let them know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. Na ja, da freut er sich darauf. Da hat er was gefunden, womit er ihn locken kann. Wechselbalk. Don't pick up a guitar. Don't pick up a guitar. Don't pick up a calculator and a spreadsheet. Dafür gibt's auch... It's easier to sing about heartbreak and a lot of money. Was heißt, wie oft muss ich ein bisschen wechseln? 300 Mal? Oder weniger? Ich guck mal ganz kurz in die Bedingungen. Ich frage mich echt. Einmal... Ich hätte einmal mehr wechseln müssen. Einmal mehr wechseln, einfach mal. Dann hätte ich das. Hey, what up, Michael? Sind wir? Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB-Kontakt? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very well. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? Oh, yeah, yeah, yeah. I'll think about it. Alright, me and Trevor will be there too. I promise you. It's a step up for you. A real opportunity. Okay, mal schauen, wo sind wir eigentlich? Oh, da? Wow. Okay. Hätte nicht erwartet, dass wir da sind, weil ich dachte, wir wären so irgendwo hier irgendwie. Keine Ahnung. Bei Weinbutt halt. Ähm. Jetzt haben wir D und S hier. Ich glaube, ich wechsel zu... Zu, 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 zu Trevor. Ich mache mit ihm eine Rampage. Weil da habe ich jetzt gerade packt drauf. Und der ist, glaube ich, sogar ziemlich in der Nähe. Hoffe ich doch mal. Ja, er dürfte ziemlich in der Nähe sein. Okay. Was sollte das denn? So, wo ist das? Na, ich markiere es mir. Da muss ich mir nur kurz einen Wagen klauen. Und schnell hinfahren. Okay, der Wagen geht klar. Molly. Achso, eine Sekretärin von ihm oder was? Warte mal. Ey, 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 ey. Der will doch ins Gesicht. Neck mich. Idiot. So, was war in der SMS? Molli, ähm, bestätige ihre Verabredung mit Devin Weston auf seiner neuen Baustelle auf der Power Street in Alltag von die beschissenen Armen. Bitte seien sie pünktlich, um bereit, sofort mit der Arbeit anzufangen. Okay. Au. Ey, nicht so hart an Schubsen. Ne, ich muss auch irgendwie selbst Anlauf finden, ne? Na, ich sollte die Polizei jetzt mal loswerden, ne? Blöden wollen. Oh Gott. Scheiß und zerstörbaren Zäune. Ich weiss er das. Weee. Ja, ja, ich gehe da runter. Oh Gott. Okay, ausgezeichnet. Dem, 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 bam. Mh, scheiße. Kommt vor die Zeit, wehrt mich los. Ich will die Rampage. Schnell. Schnell, schnell. Ammonation, frisch eingetroffen, die Sturmschrottwinde, verschiedene Farbtöne zur Wahl, außerdem, was weiß ich. Oh, Panzerfaust auch noch. Geil. Geil, geil. Panzerfaust ist da was. Ey, wo ist die Mission da wieder hin? Chef. Äh, Chefkoch. Äh, Boss, ich weiß, wir kochen nix, aber weil ich geholfen hab, als die Aztecas das Laborangriffen haben, hab ich gehofft, du denkst vielleicht an mich, wenn du beim Job mal ein paar extra Muskeln brauchst. Okay, Chefkoch. Okay, Chefkoch. Aber als neueres Crewmitglied, verfügbar. Was ist los? Warum ist die Rampage wieder weg? Was ist das denn für ne Scheiße? Was soll das? Du musst ja vorn mal wieder weg. So ein Bullshit. Blöden Ballers. Wir sind in der Grove Street. Blöden Wichser. Oh, da vorne ist jetzt die Mission, okay. Womit sie jetzt auf einmal wieder da? Okay.